Ein Parkour ist für mich eine Lebenseinstellung. Es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht an den Parkour denke. Mit Parkour kann man nicht schiessen. Der Stein ist hart, der wird auch ohnehart sein. Parkour heisst Schaff, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Rundschaft. Die Zeitung des Vakations oder VW-Kfreundschaft ist eine Wins. Die Zeitung des Vakations-Großitatingen des Vakations-Großens. An der Zeitung des Vakations-Großes Vielen Dank.